Hallo zusammen, heute geht es um den sogenannten Macro Focusing Rail von den Kiwi Fotos. Das ist ein Kreuzschlitten und ich zeige euch schnell was in der Packung drin ist. Wir haben einerseits den Kreuzschlitten, wir haben die Schraube, eine Adapterplatte und eine Schnellwechselklemmen. So, was mache ich jetzt mit dem alles? Also, dieser ist ja so aufgebaut, dass ihr hier quasi zwei Achsen habt. Und ihr könnt links, rechts, vorne, hinten. Also, da könnt ihr eigentlich sehr fein, ist schräg verzahnt, wenn ihr es hier unten seht. Sprich, man kann sehr fein mit dem Kreuzschlitten hin und her fahren. Ist sehr gut geeignet, wenn ihr z.B. eine Kamera drauf habt und irgendein Makro machen wollen oder so. Und dann könnt ihr über diese Schraube sehr fein führen und hindern und müsst eigentlich nicht stativ umstellen. Jetzt, im Gegensatz zu früheren Modellen, haben sie hier etwas angepasst. Und zwar haben sie hier eine Schnellwechselplatte drauf gemacht. Da hat es auch entsprechend Schraube dabei. Sprich, ich kann hier die zwei Schraube nehmen. Und schraube die kurzerhand hier drauf. Und habe dann auch entsprechend eine Arca Swiss Klemmung, also die 39 mm, die ich nachher perfekt so drauf machen kann. Damit ihr den an der Kamera montieren könnt, hat es hier noch eine entsprechende Schraube dabei. Die Schraube da zuerst schnell rein, dann haben sie sie fixiert. Es hat auch noch zwei kleine Stopp-Schraubchen, damit die Kamera hier nicht rauskommt, die ihr montieren könnt. Es ist ein wirklich gutes Produkt. Hier unten habe ich auch die 39 mm Schwalberschwanz-Klemmung, die Arca im Umgangsmund so genannt wird. Und für mich eigentlich sehr etwas Gutes für sehr viele Sachen. Kann man auch für Panorama brauchen. Kann man für... Ich glaube, am meisten wird es für Makros eingesetzt. In diesem Sinne... Kiwi Fotos. Sie nennen es Makro Focusing Rail. Eigentlich ein sehr gutes Produkt für mich. Es ist auch nicht so schwer, dass wir es mit tragen. Also wirklich... Patente Sache. Danke fürs Zuschauen. Und schönen Tag. Tschau zusammen.